So, wir können moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roblox Drifting Car, sag ich jetzt mal, zusammen mit meinem Kumpel Kai. Servus. Wenn ihr weitere Folgen von Roblox sehen wollt, wie ich Drifting Car spiele, also das hier, oder wie das immer heißt, dann lasst gerne ein Like da, dass ich's weiß. Stimmt's? Ja, und ein Abo. Ja, das ist immer wichtig. Uuuuh, das trifft doch. Wenn jemand vorne ist, dann muss man warten. Aber ich bin ja immer vorne. Wo bist du denn überhaupt? Und wenn man gewinnt, dann krieg ich 54.000 von ihnen. Oh, ich hab's grad so mitgenommen. Nee, erstmal nehmen wir das auf, okay? Und wir machen erstmal da keine Werbung für den. Ich werd ja nicht bezahlt. Erst wenn ich bezahlt werde. Wenn du, wie's meine. Und dann können wir's ja gerne sagen. Bei mir ist kein Drift-Set eingebaut, glaub ich. Glaub ich. Können wir dann noch zehnmal fahren? Dass ich schön viel Geld bekomme. Dass ich mir ein teures Auto kaufen kann. Dass ich dann die anderen Noobs fertig mach. Aber dich lässt ich dann auch mal gewinnen, okay? Auf Ehre. Leute, macht bitte die tausend Abonnenten voll. Es für mich fehlen mir noch 800 Abonnenten. Sogar 880. Dann verdiene ich mein eigenes Geld bei YouTube. Aber bitte hilft mir dabei. Ich muss noch ihnen Geld geben. Hab's Schulden. Wir wollten zwar Nutruf Hamburg spielen, aber machen wir nicht. Ich wollte es ihnen ja auch nicht antun. Ja, musst du aber jetzt fahren. Wie viel Prozent bist du? Oha, ich 60. Der fährt bis 300 kmh. 330. Mit Nitro. Mit Nitro. Mit 370. Ja. Und mein Ziel ist es, in der nächsten Folge ein Haus zu kaufen. Dass ich auch nicht mehr obdachlos bin wie er. Ja. Das weiß ich. Das sollte doch nur ein kleines Spaß sein. Warum hast du hier ein Drift-Set an? Warte, soll ich das erklären? Habe ich auch ausgestellt. Nein, diesmal nicht. Okay. Du musst erst mal dein Ziel. Du drückst erst mal dein Ziel fertig und dann sage ich dir okay. Wenn du willst. Und was ist dein Altes? Warum? Alter, 50.000 cash gemacht. Ich fahr mal ihnen entgegen. Na ja, da komm ich schon mal zu dir. Warte oben dann auf mich, okay? Soll ich mit dem dritten Gang? Warte, ich fahr mit dem sechsten Gang. Nö, aber jetzt. Hab's immer automatisch angehabt. Warte, warte da. Ich bin auch schon da gleich. Lass auf dem Rastplatz hier. Gute Idee. So, du siehst doch, ähm, diese Zahlenrad unten. Drückst du da drauf. Und dann ganz unten das dritte. Dann musst du da Timen and Road, also bei mir ist es auf Englisch. Dann Chat und dann Aris. Oder wie es auf dir bei Deutsch heißt. Und stellst du alles auf Off. Na, du siehst jetzt Zahlenrad. Was steht da ganz erstes? Genau das, genau das. Das, was du gerade jetzt vorlesen wolltest. Ja, genau. Ja. Und probier mal zu driften. Ja. 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 Wenn du mal Kurve fahren willst. Und jetzt mach ich mal Renn-Sit an. Also alles an. Was denkst du, was da passieren wird? Warte, guck mal. Hier, meiner driftet nur ein bisschen. Also wollen wir jetzt noch ein Rennen fahren? Yes. Ja. Rennen. Okay. Bei mir ist es leider dann wie auf Englisch. Ups. Oh, so ein Glück. Der nervt. Ich brauche ein Thumbnail. Oh, nur kein Bock. Äh, Thumbnail. Also für Vitis Vorschau, meint ich. Junge, mein Reifen war aber richtig durchgedreht. Hast du es gesehen? Hä? Wirklich? Und ich habe einen Checkpoint. Ich habe irgendwie Checkpoint verpasst. Junge, ich nehme das Geld aber mit. Junge, ich habe das mitgenommen. Lass aber noch zu Ende fahren. Also, du. Hä? Hä? Ich verpasse das die ganze Zeit, aber ich nehme doch immer mit. Hilfe, ich drüfte zu weit. Hä? War ich... War ich zu schnell? Hey, jetzt hat er mitgenommen. Hä? Der jetzt auch? Ich verstehe jetzt nichts mehr. Und du? Darf ich erst fertig machen? Mach doch. Dann bin ich... Dann suche ich aus, okay? Wollen wir es dann zusammen machen? Du willst mich doch verarschen. Meiner fährt bis 330 und mit Nitro 370. Insgesamt mit Nitro. Und das Auto fährst du nicht. Muss schon deinen Standard. Ja. Wann war das wahr? Ja, aber nicht so schnell ist. Du weißt, ich brauche das Geld. 28.000. Ja. Weiß ich wie viel Geld jetzt... Ich habe insgesamt... 160.000. So, welchen... Rennen... Ähm... Ähm... Äh, es ist bei dir auf Englisch. Oh, schade. Okay, dann gehst du auf Rennen... Und dann ganz unten, wo... Hier, wo Langlaufrennen steht. Auf High Race. Jo. Ey! Wie viel fährt er? Aha. Also doch nicht dasselbe Auto. Das ist sauer nicht das. Oh ja, den kannst du ja gerne nehmen. Ja, da bin ich gerne dabei. Ups. Ich fahr einfach gegen die Mauer. Chums! Ups! Jo. Aua! Hab aus Versehen manuell rückwärts anhatte. Oh oh, freust du dich gleich auf... Äh, wie mein Auto grad zurückgefahren ist. Hast du's gesehen? Junge, bei mir kommt die ganze Zeit Feuer raus. Siehst du's? Puh! Einfach direkt in die Truppe verschwendet. Scheiße. Das war das Problem. Aber ich gewinne trotzdem. Dich nerven. Und was? Ach so. War bei mir auch schon mal so. Mann, ich wollte krass... Mann, ich wollte krass... Achttausend. Achttausend. Schmal. Juhu. Juhu. Ja, das hatten wir doch schon. Warte. Ja. Ja. Offroad. Oh, was? Irgendwie viel bekommst du da? Oh, die brauche ich. Die nehmen mich nach Hause. Was denkst du, wer gewinnen wird? Ja, leider. Glaub schon. Aber wenn wir Sound anhaben mit Räden, dann nicht. Ja. Hä? Also da unten. Hä? Checkpoint verpasst? Hä, ne. Loll. Junge. Hier muss ich langsam fahren. Du hast das ausgesucht, leider. Gebumst? Leute, tretet auch gerne in meinen Discord-Sauber bei. Link in der ersten Videotonne. Na, was Chabu sagen würde. Chabu. Chabu. Hat er überhaupt ne Freundin? Äh. Ja, hat er. Du, ja. Bist du noch da? Ah, kannst wohl währenddrehen wohl nicht konntest. Ja, also aufpassen. Bei mir ist es hell. Das ist auch im Wald. Leute, meinst du hier, das ist ja ein Haus zu kaufen, mit mein Kumpel zusammen mit Kai. Junge, ich hab was im Zunge, im Zahntrenner. Aua. 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 lecker essen essen lecker hat es geschmeckt bist du vegan aber aber bis wirklich gar nicht nicht militanten 40.000 wollen wir noch mal fahren stell dir mal vor du bekommst 1.000 wir fahren und ich brauche ja hier fünfund ich habe 267.000 875 jungen ich bin reich einfach als erstes als paluten oder crymax zuerst nur 7.000 also weniger sorry junge mein auto gibt gleich richtig gas lieb von dir alt wie ein baum ich brauche musik ich brauche copyright musik das war von war das einmal ruhig ja jetzt habe ich war ich muss tonleiser stehen durch die galaxie hörst du mich kannst du mal kurz warten wie ich einfach sagt erwarte mal und ich wollte ich schon sofort wie war es so früher warum habe ich auch hab sogar mir hier die werkstatt gekauft kurs lasst mal den song hören dorfkinder alle dorfkinder stadt sagt dass er ruhig macht herr anwalt ist auch dabei der jason von den levin ray ist auch da ja das weiß ich auch 80.000 plus gemacht darf ich dich dann noch mal überholen wie viel wie viel hast du gebraucht auch geht ja noch noch eine runde okay leute dann machen wir noch eine runde mit musik schon wieder singt alle mit wenn ihr dorfkinder hört durch die galaxie 24 tim vielleicht ich mich das aufpassen dann auf der autobahn ich finde dass wir auch in echt so im auto meiner ja auch oder soll ich mal crime explode klauen ja rückenwind ganze ton ausmachen bei dir das hört man ja hat man gerade gehört ja da macht einen sound von roblox an da mach einfach jetzt an geben rückenwind mir fehlen noch ein bisschen zum haus oder solchen auf million sparen ja da mache ich ein paar zwei wie wir noch mal rennen fahren da mache ich halt ein paar zwei mein freund hat zwar bis 15 bis 20 minuten video lang aber aber ab eine stunde wird es langsam langweilig wenn man als video macht aber als live stream geht ja ich vermisse die youtuber ins da wollte ja ich wollte ja eigentlich auf die youtube wollen sie haben mir hat sogar bewerbung macht schickst du mal dann das ist ja für zava wahrscheinlich bei kurs forze oder wieder so mal naja und wie lange ich zwei minuten 20 wollen wir nicht noch eine runde auch kommt da mache ich alleine hier leider tut mir doch nicht so an du weißt die frau das geld für ein haus nein aber nicht hat keiner wir sehen uns morgen oder ich nehme jetzt ein paar zwei auf wir sehen uns morgen also wir sehen uns leute ich bin immer gleich also noch mal ein video auf tschüss also gleich hinterher meinte ich halt wenn ihr wisst wie ist das meine und ich lade gerade mein handy das nicht laden will also cesse das ist Vielen Dank.